Willkommen, Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit mir Peter Boss von kreak.de und der nächste Bosskampf steht an Poison Ivy Hätten wir sie doch platt gemacht, als sie noch nichts konnte, als sie noch schwach war Aber nein Trottel Ich lasse dich nicht, Batman Ich sagte dir, zu deinem Zoll Ich war ein Fuss Ich dachte, die Pläne waren in Schmerz Jetzt habe ich herausgefunden, dass sie sich überflüssig und stärker werden Und jetzt werden wir zusammen Ah, okay. Ähm, ups, das war eigentlich meine Absicht. Ich wollte... I am stronger than you, little man. Ow. Ow, ow, ow. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, goddammit. Ich weiß, dass man sie nur treffen kann, wenn dieses blöde Ding offen ist. Trotzdem stelle ich mich mal wieder an wie der letzte Mon ernsthaft. Ha, 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 ha. Au. Uh. Ich glaube, den kann ich gleich zweimal machen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mensch, Ivy, du kennst das Spiel schon. Deine Pflanze ist ziemlich langsam. No? Okay. Au. Au, oh, oh, oh. Man hat so ein bisschen die Wahl. Treffen lassen oder schießen. Ha, 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 ha. Habe ich einfach mal am Anfang voll gefailt bei den Dingern hier. Meine Fresse. Das hätte gar nicht sein brauchen. Ha, 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 ha. Au. Okay. Knapp. Nein, nicht wirklich. Okay, Joker sehen wir grundsätzlich von vorne Poison Ivy Plotten. Ich möchte auch gerne Jokers Hintern sehen. Bitte. Aber gut, was soll man erwarten. Kennen wir schon. Give in to a more powerful force, Batman. Buss. Du kannst nicht sein Mutter Natur, aber sie kann dich verletzern. Das ist doch mal übertrieben ätzend, dass die nur in dieser komischen Schussphase ihren Deckel aufmacht. Schauen wir mal, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Au. Immer noch getroffen. Ja, da drehen wir rum, laufen volle Kanne wieder rein. So gehört sich das. Shit. Oh Gott, das ist so eng. Oh. Hm, 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 hm. My flags will carry you and your precious Gotham to shreds. Schreibt die denn so herzzerreißend, man könnte ja fast meinen, tut ihr weh. Was? No way. Wir waren frei. Frei. Gott, verdammt nochmal. Oh nein. Schlimmer als Torwart sein. Oh nein. 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 Ich unterschreibe offensichtlich Nein, 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 oh mein Gott, wieso bin ich denn halbtot schon wieder? Ohhhh, was hat mich denn da wieder erwischt? So ein halber Grashalm? So ein halber Grashalm? Au. Au. Nein, diesmal tötet mich nicht ein halber Grasheim. Nein. Nein. Und nochmals nein. Spätestens in dieser Schussphase killt sie mich jetzt sowieso, weil ich meine Leben nicht mehr auflehen. Laden. Es ist so schlimm, wenn man so seinem Ende entgegenschaut. Schon mit voller Gewissheit. I need help here, boys. Wo kommst du denn her? Ich dachte ernsthaft, nein. Das streichelt mir so ein Wächter über die Wange und das ist dann das Ende von Batman an dieser Stelle. Um Gottes Willen. Ach, huh. Ich darf mit der zweiten Phase nochmal anfangen. Danke. Danke, liebe Entwickler. Danke, dass ihr mit mir gerechnet habt. Ihr nehmt Rücksicht auf mich, obwohl ihr gar nicht wisst, dass ich existiere. Oh, das ist so süß. Such ein schönes Sentiment. Uuuh. Shit. Zwo, drei, vier. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Wieso hat der den jetzt gerade irgendwo ins Leere geschmissen? Was ist denn mit ihm los? Ich glaube, der hat unendlich Zeit mit mir als Steuerung. Mega Fail. Da raus. Das ist nur eine Frechheit. Warum laufe ich denn noch wieder rein? Wirklich. Niemand zwingt mich dazu. Das ist meine ganze eigene Entscheidung. Alter! Mach mal keinen Scheiß. Ich mag ja den Mix aus Boss-Mechanik und komischen kleinen Mini-Kämpfen, aber... Komm. Alter! Wir können uns das nicht mehr leisten. Nein! No way! Oh Gott! Oh, knapp! Oh Gott! Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ein bisschen Yoga. Der hat sich doch schon rumgedreht, um den zu schlagen und wird den Momenten... Batman, weißt du, manchmal bist du die größte Enttäuschung in meinem Leben. was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wirf bloß nicht rechtzeitig, Batman. Das könnte sinnvoll sein. Ehrlich jetzt, sind diese Wachen da jetzt mein Problem. Wieso bleibt er denn da einfach stehen plötzlich? Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass er stehen bleiben soll. Das ist eine völlig autonome Entscheidung, sich jetzt hier halt umbringen zu lassen. Oh Mann. Ich versuche auch gar nicht, Mother Nature zu bieten. Du psychotische Plumse. Au. Das war so unnötig. Er hat versucht, mich zu bieten. Ja. Alter. Nein. Nein. So unnötig. So unnötig. So unfassbar unnötig. Undenkbar unnötig. Nochmal unnötig. Oh Gott, ey. Wenn... Wo schlägst du denn hin, du Fledermaus-Ding? Bewegt, alter Schwede! Oh Gott, ey. Diese Konsolen-Steuerungs-Umsetzungs-Dinger. Tralalalala. Ohohohohohohohohohohohohoho. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh, langsam wird es anstrengend. Ja. Bla. I'm trying to hurt you. Bla. Dass man das nicht unterbrechen kann, weißt du? Dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich höre jetzt auf, den zu schlagen, der auf den Boden legt, weil er hinter mir steht, der mir ins Genick prügeln will. Nein, das geht nicht. Keine Chance. Irgendwas trifft mich hier immer. Oh, 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 oh. Immerhin wird man hier niemals eingekesselt, das ist doch schon mal was wert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einfacher, als es aussieht. Es ist theoretisch sehr viel einfacher, als es aussieht. Wo kommen denn diese ganzen Wachen eigentlich her? So viele Wachen hat es doch in dieser ganzen Insel nicht gegeben. Ja, komm schon. So. Tu es! Das sieht jetzt irgendwie nicht nach dem Erfolg aus, nachdem wir uns gesehen haben. Gott sei Dank wurde es automatisch gemacht, das hätte ich wahrscheinlich jetzt auch noch versaut. Danke. 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 Okay, gut, schaut mal auf die Folgenlänge, ich habe natürlich nur so oft verloren, damit die Folge genau die richtige Länge bekommt, um jetzt hier einen sinnvollen Schnitt zu machen, daher vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitfiebern, mit Aufregen, mit Tränenvergießen, mit Blut- und Wasserschwitzen, vielen Dank, Wenn es gefallen hat, dann lassen, was du sagen, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren und wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, ciao.